Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir spielen hier mal wieder eine neue Runde Zone Wars, wo wir gerade irgendwie Fehlerprobleme haben. Ich weiß nicht, was mit dem Scheiß-Wählern ist, aber... Ich bin gerade ein paar Problem hier. Gehen wir mal auf den geilen, spicy-juicy-Turm hier. Aragouche. Lackdoll aber so scheiße, ne? Wunder, bist du dumm, oder soll ich denn wissen, das ist ein scheiß ZAMS? Du... Oh mein Gott, es ist nicht HP. Ich schicke sie seit doppeltes. Ja, elfmal oder so. Ja, was du wie gesagt, du weißt. Ich kann auch schicken, dass ich MP-Doppel-Tapel nicht. Dann sag ich, ich bin gezogen. Boah, ich hab schon fast, die war das. Ich hab schon wieder gestoppt. Ich hab schon wieder gestoppt. Warum denn nicht immer wieder weggehen? Ja, weil ich gesagt habe, dass du homosexuell bist. Und gerade kurzer Beufel. Kein Glasen muss sitzen. Ich hab gewonnen. Was? Und noch Pizza mit. Kann man so wenig. Mein Gott, der ist so bad. Der soll sich schieben für seine Mutter. Ich hab deine Mutter bei uns ohne Fans, Digga. Voll geil. Ich will die Bilder mir liken. Digga, helf mal. Helfer, helfer. Bessie, deine, deine Schwester und seine Mutter machen. Elisabeth. 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 Ich war gestern einfach live in Fortnite. Lieg mich schon voll. Ah, oh mein Gott. Was machst du da? Wie schlecht bist du? Digga, warum stirb denn nicht, Mann? Wie spielst du auch? Du bist der Gegner. Ich bin tot. Ja, ich hab den auch grad voll low gemacht. Ja, hast du nicht. Das ist Alex. Alex Berger. Das ist Banale. Was? Soll ich ihn trollen? Nein, Junge. Ich bau ihn so ein. Ich bau ihn so ein. Warte, ich bau ihn so ein. Ey, ist so schlecht. Ey, ist so schlecht. Ich bau ihn so ein. Warte. Ich bau ihn so ein. Ich bau ihn so ein. WT nicht raus. Komm, er kann nicht bauen. Er kann nicht bauen. Er kann nicht bauen. Nein, nein. Der verlässt dann. Der verlässt. Nein. Ey, der tut mir leid. Lass ihn gewinnen, bitte. Nein. Mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Ola war schlecht. Ja, ich bin... 18er Headshot, Digger, der Schwanz. Der war so low. Ich hab jetzt mir nicht gemerkt. Ich hab schon mal gemerkt. Ich war am Ende ruhig. Ich hab auf dem Fall geschossen. Ja. Ich hab auf dem Fall geschossen. Ich hab auch immer geschossen. Oh mein Gott, die gleich verdoppelten. Oh mein Gott, die... Er ist so schlecht. Wie hieß er? Ich wusste ja nicht seinen Namen. netten wie viel alex wie viel alexis herrung die sind viele erneut jetzt doch dort ist respekt doch die komm mal einmal zu mir ich hab äh granatenwerfer hier ja komm her hier 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 aber nur zwei ich weiß für endgame ok ja ja obwohl ich schieße da rein zu diesem jammuk und ketzt tv auch ich schwöre tut mir leid ich nehme mein fisch ich hab's nicht gesehen ja ja ich hab gar keine reise auf das buch ich hab über viel reich hießen mach ja auch mal ein paar schüsse da rein über mich er hatte ein api was hatte mir noch für hübschel ich hatte elf api nur noch man ja was wollen die alle von mir machen aber das ist gar nicht echt oh mein gott er hat die mien geschmissen wer hat diese scheiß mien geschmissen hast du dich geschmissen nein ich hab keine mien ich schwöre ich bin so lange mal jemand hat mien geschmissen und deswegen bin ich runtergefallen in seine box mach ich dich ja mach ich dich ja die sind eh zu gut das gute lobby ist ne feste lobby der ist so low ja ich weiß ja tot ich bin ich auch tot ficken ja das herz das herz wo 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 er ficken einfach nur auf die füge waren oder wie soll ich das denn sehen bruder äh du siehst du so ein glockenturm ja nein du bruder wenn du das zuguckst du siehst das ja aber wenn man sich auf was anderes konfrontiert bruder hat den scheiß ich hätte jemand aufgeschossen gar nicht ich schwöre sogar nein drückte die wand aufgeschossen hätte ich nicht mehr geklappt ich hätte doch keinen lagerfehl gefällt boom digga guck mal hier an diese base ey was da los digga ey ey gibt's die stress oder was alter wer macht die stress wer oh digga mann oh boh digga auch fast verreckt runtergefallen ich hab ihn so gefickt ja da haben wir du bist da oben ja oh mein gott er wollte ich nur Splashys können hast du deine bessere Shotgun ja die ich ne blaue Pum hier sind Russe bei mir ich schwöre ey hast du mit Granatwaffe auf mich geschossen ey ich will Granatwaffe ey Team auch wenn ich vor der gesprochse ich schwöre ich werde schon sterben die sind hier oben gerade ja ich bin tot dicker warum geh die gut nein die sind einfach nur am sprayen bei zwei Bastard Kollegen die sind einfach nur am die sind einfach nur am der ist sehr schnell die sind einfach nur am guck mal wie ich schon wieder der schon wieder der immer georg nur halt irgendwie heißt das in andere farben immer georg ich gehe gleich auf den ich komme schlecht jetzt ist jede runde weil ich immer in seine box einfliege immerhin seine ich kann gar nix ich kann gar nix er redet er einfach wie ging der fahrt dann muss bisschen gut war eine gute lobby so eine gute lobby und verliefer ich hab null kills das sagst du dazu dass du dich schieben solltest du hast dein kollege zu sein kennst du das video so ach deine scheiße kennst du das video wo zwei engländer den sohn von monadou einfach schlagen die beleidigen den erst so ja wo ist sein vater und so wo ist der best player in the world und so dann sagt er leave me alone schlagen einfach jetzt wirklich nicht so engländer weißt du so von uk und dann schlagen ihn einfach mk sieben stumm gewährt in lila auf oder wieder zu und dann kommt jeder zu mir Buss 2 Schauts 2 Schauts 9 Schauts Oh mein Gott, Trüpletter, mein Trüpletter der Jokas. Komm, komm zu mir. Bist du bei mir? Willst du Hilfe? Nee, der Jokas ist im Sohn. Yo, was? Ey, was ein Bastardsohn. Der Bastardsohn hat mich getötet, der ist so schlecht, ne? Nehm ich einfach nur Weckellaser von oben. Hä, sind noch zwei am Leben, was? Ja, hab ich gesehen, was der bringt. Guck, der hat nur einen, der... GTS! Geht's herz. Du bist tot. Dinger. Ja. Komm, ein, du bist so cool ist. Sonst gibt dir 189 und es gibt Fick. Fuck, hab ich dir gesagt, nimm ein Dings, der hätte dich nicht töten können. Ja, du hast eine goldene Punk. Der ist doch. Ich wäre sowieso tot, als würde ich danach den Zununtergeber. Hä? Der hat mir zwei Wochen den Eulnatsch gegeben, was sagst du dazu? Kann man, aber nimm doch den Dings hier, halt. Da fahrt mich jetzt schon ab. Ich muss noch eine Saison gehen, Junge. Na, ich hab... Hä? 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 Wo ist denn mit 2x198 Euro? Das Name? Der ist schon so ein Bastard irgendwie, ne? Na gut, ist der. Ich bin aber auf Controller, der Hu-Grenzung. Der ist ja nicht mal gut. Der Hu-Grenzung. Ich hätte ihn noch runtergeschossen, wenn der das überlebt. Oder wir haben 22... 22 für 22 mit... Ne, ich denke irgendwie, wir haben... 13 Uhr oder so. Weil ich full Licht in mein Zimmer anhat. Wie? Mir kommt das voll früh vor, weil ich so das Helly hab. Ah, okay, der gibt halt auch jetzt wie, weiß ich nicht wer. Ich hab mir halt... Du feindst mich so richtig gut, ne? Mit deinem Schauer. Digga, was ist der Typ für Bastard? Ja, okay, dann nicht so Digga, hä? Dann hau ich halt ab, du Hurensohn. Hä? Fick doch deine Schwester so Digga, was mit dem? Bastard, hä? Wer? Ja. Der will nicht kämpfen, der ist so weggerad wie ne Muschi. Und jetzt lesert der mich Hurensohn. Jetzt hab ich... 390 AP wegen dem Bastardsohn. Jokasch, der dumme Huren Tochter Bastard. Fotze. Ich muss zu dir, Mann. Ich muss zu dir, Mann. Ich muss zu dir, Mann. Ich muss zu dir. Ich muss zu dir. So, mich hier voll auf den, rumgegern, Hugo. Lass du Jokasch mit dem Ficken, der Bastard, ich hasse mich. 132 hat er gefressen, Burak, bitte. Du musst dich töten. Ich bin tot. Ich bin tot. 16 AP. Und ich voll gehealt. Und du bist zu dir, Kommt. die seines unnummern gut ob du bescheid weißt ja ja gut richtig gut habe ich gemerkt er fickt mich nämlich gerade mein gott ich hab nichts gefällt nein das bist du nicht what the was bruder was tue ich gerade hier mein akkus leer hallo scheiße ja ich hab noch alles rasiert damit ich weiß nicht weniger akku war der ich habe am ende noch drei kills gut ich höre auf alles ich hab diesen dragon geholt jakos und hugo ist richtig gut ja aber hugo hat nur 10 ap ich habe nur scheiß waffen ich habe alles sogar ich habe ein paar bauch schmutz alle scheiße sind noch ein anderer gehen nach mehr aber hier sind bessere waffen glaube ich auch nicht egal ich will mich doch ficken ja ich schon mit von da die geile pump das ist so ein uren tochter oh mein gott oh mein gott wie kann eine mutter so scheitern ich bin bei einer und dort die wohnstür ich bin tot in meinem ruf potzen sind durchgebtot clean machst du es sagt doch dass du so ein scheißer er hat ja der ist richtig schlecht was mit ihm der wird jetzt so abgestaubt ne oh mein gott doch so lucky und nie gar kein bock gegen youtube nicht alles was ja kein bock gegen hugo gegen youtube ja der inter namens von youtube deswegen ich glaube ich so gut oh mein gott war verrecklich nie so einer oder was mit dem ich will den so auf den geiler die lackierung die ich eingestellt habe schon egal ob du jetzt sterbe zwar persönlich ich dachte fixe jetzt ne sechs leute gucken dir zu digga die wissen dass du schwitzer bist mach tanz das war ein schmitzer mein gott er hat auch einen gedroppt oh mein gott ich schwöre wärst du ein fremder ich hätte dich so beleidigt ne ich schwöre auf alle ich hätte sogar auf deine mutter gegangen ne ich hätte gesagt dieser dumme bastard denkt was der ist der kleine kill macht er dann sein scheiß im ohr schock der kriegt kam dieser dumme bastard so geht jetzt noch geht jetzt herz geht mein gott ist so schlecht was passiert ich werde ich habe diesen tanzen ich finde ich schlimmer als im lachen mode ohne spaß du bist mir auch ausgerast als der bestimmt ja selte egal wäre ich ehrlich jetzt so gekotzt oh mein gott wieso mein afg oder weil so ein wichser aktion machst du wie ein zvr was ja ich bin tot der kommt mich burschen ich schwöre sogar ja er ist er ist sowas persönliches raus ich komm zu dir schon bei dir oh gut der unten auf ihn oder nach lutherfern ja ja lass den ficken lass den so ausrasten ich habe ausgarten wo ist der oh mein gott solo solo ey er hat noch einen shot bekommen er hat noch einen shot kassiert sollen wir runter gehen ich gehe runter ja nee 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 du hast kein problem ich hab nugo ich schwöre auf alles juck mich nicht das war persönlich meine mutter ruf mich an ich bin gefickt hallo ich hab mich gefickt ich bin tot ich bin tot schütze und die brüche schütze ab abhauen die schütze größer schütze größer schütze aber auch ihn noch ein da oben des übelste schütze warum ist das zeit what the fuck ja ich bin tot wegen dir ich weiß nicht was du hier baust bruder aber ist er tot ich bin auf high ground gegangen ich könnte ihn backlasern jetzt paar hits digga minus 50 mach du das hat der blut hat einen saum gemacht was hat er mir zu der guck mir zu du wirst wie gut der war ne warte ok das anfangen warte das endzone digga was habe ich gemacht ich bin viel zu früh rein ich bin voll idiot ey mein internet scheiße leck mir doch die fette hoden ein scheiß internet du dummer ruchen boah ich hab ja noch 10 zu flaschen 8 8 boah mein internet alle verlassen guck mal fick doch Marcel Davies man Marcel Davies 1 zu 1 ey der war so sauber der verlassen ist der ist immer noch da ich schwöre der wird mich jetzt so ficken ne sag ich dir der ist ja er ist afk er ist auswärts der pc geschrottet oder so Hugo VR ist afk er ist nicht afk du bist ganz schön pisst oder doch der ist ein nach vorne gelaufen warte ich boxe ihn ein ich schwöre der wird das bei mir der will mich tot sehen der will mich tot sehen Hugo tanzt ich bin das ich bin das ok der schwitzer will uns tot sehen glaub ich will der auch ja headshot minus 50 der ist low wer wer wo 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 markier doch der schwitzer hier sieht man gar nicht bruder der schwitzer hier der markieren hier er hat noch 33 äh 36 headshot gala lass den pushen ich schwöre was muss die waffe nicht hauht der grad ab rett der weg ist ketzt der schwitzer oder ist ketzt ne ist heißt ja der war nicht gut ja wenn er war nicht schlau wir sind alle auflegen wie soll er überlegen mein kopf ist auch verlassen alle verlassen weil ich bin auch unten 26 ich hab gar nicht ich geb ihn mein headset so laut digga oh mein gott ach du scheiße was lasert der mich selbst oder was mache ich hier man oder warum habe ich solche legs oh mein gott ist so laut ich bin aber tot ja ja lass dann geht das video perfekt bitte 25 min leute danke fürs zuschauen das war's mit dem video lasst ein like und ein abo da yo la cüits viel weiter 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 weiter